um hallo kann die hallo wir haben gestorben ne wir laufen los aber dann nicht sprinten seid ihr verrückt hallo zoppeln na zoppel na hier und wer hier irgendwie ihr sprintet da weg wie sonst noch was also ich war jetzt hier ich hab einen groben Überblick über die Stadt gemacht hier ist einfach jede fucking Tür auf und hier ist einfach nichts mehr zu finden ja aber in der anderen Zeit auch so wusstet ihr dass man sich mit dem Lamphead umdrehen kann ne wenn ihr jetzt sagt nein das hab ich euch glaube schon mal gesagt oh geil da muss ich nicht drück ganz laufen das ist weil ihr merkt das ja liebe Zuschauer die hören nicht zu wo ist Lea eigentlich schon wieder hin da ach ja oh da kann man ja feinste feinste Umdrehungen machen mit den verschiedenen Tasten gell ja gehen ja alle bis auf 8 und 2 komplett umdrehen kannst du dich nicht ja das wäre auch irgendwie komisch 5 geht auch nicht wenn du dein wenn du dein Kopf so ganz drehen kannst ich fühle mich durstig I want to drink something I'm feel thirsty ich fühl mich Donnerstag hahaha heute ist ja auch fast Donnerstag übrigens wo wir jetzt mal laufen und grad mal ein bisschen Zeit haben irgendwelche scheiß zu quatschen müssen wir ja beim Thema Daisy bleiben mhm und wo wir grad beim Thema sind die hören nicht zu wusstet ihr ja dass Gyros wie er geschrieben hat dass er sich wundert warum bei dem zweiten Aufnahme bei der zweiten Aufnahme solche Balken links und rechts sind ich glaub ich hab sogar während der Aufnahme gesagt dass ich ein Fenster würde das spielen hahaha das hab ich aber auch nicht gehört ich sag dir wenn jetzt jemand gucken würde bei der ersten Kommentar wieso sind da Balken warte wo Balken na links und rechts ach so ja keine Ahnung vor allem ich hab ja extra die Auflösung genommen und dahinter wüsste ich auch nicht ich lauf wenn wir grad raus auf der Straße ey durch die Nammtasten durch die Nammtasten muss ich nur noch weh drücken und kann nicht beobachten hahaha ja das mach ich aber auch die ganze Zeit so jetzt hab ich vergessen ach so ich hab extra die Auflösung genommen wo 100% ich printe gar nicht wollte ich gar nicht Lea ja wollte ich ja gar nicht wir drücken hier W das ist hier zufällig Doppel W drückt das ist aber sehr komisch Doppel W ja in Minecraft geht's immer nicht aber hier geht's anscheinend eilernfrei ja macht euch gefasst auf ein spannendes Minecraft Projekt wozu ich auch noch was erzählen kann während wir hier schön durch die Finsternis laufen Minecraft nachdem wir mit da bauen durch sind machen wir Minecraft weiter äh ne wir fangen Minecraft neu an ja sag ich ja machen wir Minecraft weiter ja also anstatt von Star Wars ja also anstatt von Star Wars made so much crumples das heißt ich wär langsam hungrig ich hab Hunger ich hab Doppel W ich hab mir beide nicht gemerkt gesprintet seid ich bin nicht gesprintet das heißt wir werden über Korven ich laufe die ganze Zeit gerade aus ja ich laufe auch die ganze Zeit gerade wegen laufe ich die ganze Zeit links und rechts über die Mittellinie ja jetzt hab ich mir vor kurz mein Nummer ausgerichtet vor allem unsere Taschenlampen leuchten ja wenn wir die in der Hand halten ok aber die leuchten nicht richtig stell dir mal vor wir hätten jetzt alle Gewehr und sowas das wär episch stell dir mal vor wir hätten jetzt alle was cooles und Gewehr das wichtigste eigentlich ist Essen und Trinken also hier hab ich jetzt noch nicht nachgeguckt ob hier überall gelootet ist weil ich wollte irgendwo hinkommen wo es auch starne Stellen sind seien wir mal wie Heuschrecken dann gucken mal Arschklope hier bin ich angekommen ich glaube hier oh da kann man doch rein oder wo müssen die Tür ist offen gerade immer geradeaus drei Kilometer kommt die nächste Stadt hier ist die Tür auch offen oh da kommt jemand oh hallo nicht schießen oder schlagen ich verstehe dir nicht was hast du gesagt äh ich verstehe dich nicht der leckt fast nicht der leckt aber volle Bute ey so Junge wir gehen weiter bis später ich glaube der kann nur Englisch we go away from you dicker oh ne 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 es hält er uns hinterher geht so ein Assi jetzt hat er sich bedroht gefühlt weil ich stehen geblieben bin was ist mit ihm los entweder ist hinter ihm ein Zombie hinterher oder er sprintet Alter einfach mach eins unruhig der hat auch volle Bute ineinander klatsche dann hab ich jetzt bock dann krieg deine voll Latze ey ja so ist das extra auspacken die wir nicht haben ja unsere unsichtbaren ach ja ich vergesse was ich erzählen wollte was macht der denn ich weiß nicht was ich guck mal da hinten ok ok ja wir laufen doch schon pass auf der fährt der Dörfer in der Knache und hüttet uns dann kriegst du eine von Warnst dann kriegst du eine Faust wie sie spielt auf dem deutschen Sauer-Tästliche Wig ich versteh den nicht ich hab's irgendwas ich glaub das ich glaub der hat irgendwas gesagt dass ähm er irgendwas mit Torchlights in Leute rumgerannt und dann haben sie ihm Fragen gestellt und er konnte es nicht beantworten und dann haben sie ihn getötet ja ok ich hab so in etwa irgendwas gesagt I know that feel oh der labert das ist mir so egal ja ich muss den im Blick behalten mir gefällt das nicht wenn der stehen bleibt ich glaub ihm nicht er rennt aber immerhin daheim das ist es bleibt der Karte stehen tschüss ja ja der kommt schon wieder angewandt ich versteh das nicht wenn Nubu redet bei mir redet er aber nicht ne ich versteh das nicht wenn Nubu redet die Türchen perfekt und immer wenn andere Leute reden sie so ultra leise geht das euch auch so du bist aber bei mir auch ultra leise Lea bleibt auch stehen ich wollte mal gucken nicht dass er irgendwie was gefunden hat und jetzt zu uns angesprintet kommen ich bin auch ultra leise ja ich versteh na gut warte meinst du sagst noch was hallo hallo also ich versteh dich also ich versteh dich ich versteh du bist auch super aber ich versteh andere Leute nie welche Taste ist denn das reden ich hab's auf K gelegt feststelltaste was ist ein feststelltaste na großschreiben also dauerhaftes großschreiben da kommt er wieder hi hallo 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 ich glaub bei mir funktioniert das nicht so ganz ja dann leg's auf K doch man hat dich aber gehört achso red noch mal was hallo hallo wo bin ich hab ich mal kurz in die Luft geguckt dadurch dass wir im TeamSpeak sind wissen wir ja was wir sagen und dadurch verstehen wir uns besser aber ich finde auch dass ihr lauter redet als er auch die die mich bedroht haben die haben so ultra leise ich hab ja jetzt die Aufnahmen geguckt von dir gell ich hab ja die Aufnahmen von dir geguckt als so hoch gefesselt wurde gell ja ich hab die nicht verstanden ich glaub auch nicht als Video hat man die null verstanden und wenn du jetzt hier redet oder du dann ist es laut es ist die Hälfte vom TeamSpeak ungefähr bei mir ach so laut ist das aber bei mir nicht aber ich hab auch die Sprachkommunikation glaube in den Sounds extrem wunder gestellt achso tja machst du auch nicht oh ich bin hung wie unthirsty mittlerweile ja ich auch also bei mir kommt irgendwie gar nichts zur Zeit drückte mal zartisch noch da ja ja das stimmt alles ja auch bin ich auch oh mein zuerst ist schon braun das heißt es ist die nächste bei mir ist es noch einigermaßen grün zu grün gelblich ist bei mir ja bei mir auch das heißt ich brauche unbedingt trinken erzählen wir mal eine schöne Geschichte ja ich werde eh gleich sterben unser Ausmarsch wird nicht mehr lange gehen das wäre natürlich echt ärgerlich wenn wir das zu essen finden ja so ging es mir ich hatte meine Dose im Eingrucksal und ich konnte sie nicht aufmachen und bin dann dehydriert ja das Problem ist einfach dass bei mir jetzt schon braun ist das ist nur eine Stufe bis ich dehydriere naja ok komm schon hin irgendwann sind wir auch mal in der nächsten Stadt ich glaube die da vorne hier über den Berg sind glaube ich noch 3-4 Häuser und der Bus ich kenn ja die Strecke schon fast auswärts weil ich hier ja jedes Mal anklaufe ja ja also meiner nicht ich bin nur auch hungrig das meine ich wieso ich lauf diese Strecke hier ungefähr jede Aufnahme mindestens einmal ungefähr I really need to drink und bin mittlerweile schon ja ich bin nicht kurz vorn wir können aber mal da vorne in der Stadt gucken ob da ein Grund ist glaub mir du bist doch nicht kurz vorm dehydrieren ich weiß wie sich das äh wie das wird ich bin schon dehydriert ja ja aber du stirbst noch nicht das ist übrigens das dauert noch nicht das dauert noch nicht das ist ein Punkt der mich in der Alpha 4DC mega ankurzt wie ihr das ja gesehen habt dadurch dass die Loots wenn ich nicht versatten habe alle 24 Stunden neu gespawnt werden bis zum neuen Update das Update kam ja jetzt dafür ach so ja aber das die Sache ist weil ich finde trotzdem unfassbar wenig ja na du siehst ja weil alle Türen offen sind ja eben wahrscheinlich ist das bloß Irritation oder so I really need to drink wo wir grad sind das ist halt einfach die Stadt Oh wo viel halt spawnen ist deswegen sind das auch die ganzen Looting weil da natürlich dann irgendwo ein Elektro bist oder halt andere Dinge und Großstädte und da ist natürlich überall noch Loot also so hast du es bei mir jetzt auch brauen bei mir nicht ähm ja keine Ahnung ich hoffe hier ist ein Brunnen irgendwo ja guckt mal hier rum irgendwas ich weiß nicht irgendwas war hier ich bin mir auch nicht sicher was ja du hast halt du hast halt in jedem dummen Dorf ist ein Brunnen eigentlich ist doch in jedem Kackdorf ein Brunnen hast du deinen Taschenlamp an ja ne wie willst du denn hier was sehen am besten wir looten einfach alle Häuser wenn wir was gefunden haben I feel sieht hier was ne ja aber ich hab auch grad meine Taschenlamp an ach so deswegen ja müssen wir draußen gucken ob da irgendwo ein Brunnen ist also ich sehe bis jetzt nicht I really need to drink I really need to drink und wenn du musst jetzt auch braun ja guck ah nur wo da hinten ist es gut so ein Brunnen wäre jetzt natürlich schon echt für eine feine Sache boah alter diese Taschenlampen hast du irgendwas gefunden? ne nö gibt es keinen Brunnen wir müssen noch weiter hier ist der komische Kackbus da gibt es ja keinen Brunnen ja wollen wir mal hier runter an den Steg gehen ja wieso weil ich da noch nie war vielleicht liegt jetzt irgendwas rum ja der Nu hat zu mir gesagt jeden Dorf ist ein Brunnen es ist ja eigentlich auch super jetzt geht der Steg einfach mal nicht weiter ja kommt ihr eigentlich mehr hinterher ja 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 das da da ja warte da da der Nationalmittel hat mir gerade geschrieben ich gehe mal bitte Richtung Stadt das alles noch mal genauer an das ist ja die Sache ist das ist ja keine Stadt wo wir sind oder das ist ja auch kein Dorf das ist ja einfach nur so eine Kack er ist auch trinkt was finden weil wirklich ich bin ich bin ich jetzt auch da ein extrem die Hand wie als du von diesem ist auch Pro 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 ja das was wird hat wird guck mal her was denn wo seid ihr wo bist denn du was ist denn hier wo seid ihr es ist es ist es ist es ist es ist es ist es wo seid ihr mit drinks am waterfront aber man kann nur einmal trinken ja ich finde wie kann man hier trinken wie denn wo seid ihr wie trinkt man denn hier ja dann gibt mir keine antwort wir sind über die stecke gegangen ja bin ich auch und wo seid ihr da hin immer weiter wir stehen immer noch an dem steg es wird besser bei mir wie trinkt man denn nur fucking weiter wie immer im f halt benutzen hoffentlich ja super dass ich euch jetzt nicht mehr finde ich spam und spam und spam juhu mein ich spam an warte mal ich mach mal meine taschenapp an siehst du irgendwo ein licht moment ihr seid da hinten an dem steg wieder zu dem steg zurückgelaufen wo wir her kam es dafür was heißt es dafür dass ich zu viel getrunken habe ja weiß ich nicht oh meinst du meinst und wo ist das jetzt hier einfach aufs wasser gucken und dann trägst du einfach so lange f bis dein ding gestuft ist bis dein ding gestuft ist was ist mein rucksack da hinten beschuldig war ich bin mal ganz kurz was du trinken da das ist gestuft ist irgendwann ich fühl really full gut ich glaub das reicht ja jetzt steht da es darf so gehen wir weiter weil ich bin jetzt extrem hungrig was heißt name starfing habe ich nicht mehr richtig bewegen gell oder so keine ahnung wo seid denn ihr wo wirst du hin ich bin gerade aus vollgang zum so anfang was war denn jetzt ich habe ich habe gesehen wir müssen dringend weiter weil ich jetzt jetzt bist du hungrig naja dann laufen wir mal weiter was ich bin 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 nur ich bin auch nur hungry ich bin auch nur hungry also der nationalwinder xa wenn man noch bei uns mitspielt kann er uns viele tricks verraten weil er hat gesagt er hat irgendwie noch zurzeit gerade neun dosen dann haufen reis haufen trinkflaschen seine m4 worte ihn leider gerade geklautzt in m4 und seine zweitpistole und sechs leuten die kamen auf ihn zu ja so ich muss mal stehen bleiben wieso das nur so lauft ruhig weiter ich sprinte dann euch hinterher ja was macht denn der keine ahnung eine flasche auf und ein schluck aus der flasche zu trinken nehmen ich würde jetzt sagen für diese folge war es das erstmal ja und so sagen damit beenden wir diese folge wir haben trinken gefunden wir haben trinken gefunden und wir haben uns gefunden und wir haben ey man kann doch jetzt halt irgendwie man kann doch jetzt vom pischen irgendwie bären pflücken oder nicht was kann man von pischen bären pflücken keine ahnung ich habe mir die page noch nicht zum arsch gelesen also dann bis zur nächsten Folge ja tschüss 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 tschüss